So, da sind wir wieder zurück zu Neck. Der Ton stimmt wieder. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich hoffe, das tritt nicht nochmal auf. Ab und zu ist das. Hoffentlich nicht all zu oft. Oh, leck mich doch, Alter. Echt, es gibt manche Gegner, wo ich sage, Die Motherfucker. Gibt's echt sehr viele. Ich muss dann jetzt nach Neck... Oh Mann! Hä? Nach Neck muss ich gleich Forza Horizon 2 schneiden, weil das nämlich am längsten brauchen wird. Das scheint eine Art Fabrik für Waffenteile zu sein. Wow! Moin! Dreckzack! Schade! Oh! Oh! Come down! Oh! Leck mich doch, ey! Egal in welche Richtung du ausweist, die kriegen dich. Sowas hasse ich an 3D Jump'n'Runs. Die kriegen dich. Ah, da kommt der Professor. Ah! Oh! Oh! Keine Relikte! Oh, keine Relikte. Äh. Jawoll. Hahaha. Cool. Sieht gut aus, Mac. Hahaha. Find ich auch. Vorsicht, Mac. Der Magnet löst alle Metallteile ab, die du gerade aufgesammelt hast. Kacke. Ich will die aber behalten. Oh, echt jetzt? Wie gemein. Hey, Nigga. Chill. Wie der mich zerfetzt hat wieder. Ach, schau mal da. Das hab ich gar nicht gesehen. Okay. 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 Oh, ich bin ja so bescheuert. Hätte ich doch damit gewartet. So, warten. Der macht jetzt mal seinen... Megaangriff da. Komm her, Metall. Habe ich noch mehr an mir dran? Nee. Ein Special. Mal rauf. Irgendeine Karte. Mhm. Zeigt an, dass Nick in der Nähe eines Geheimraums ist. Immer noch nicht alle Teile. Ich hoffe, dass wir eigentlich mal irgendwann mal bald Teile haben. Dass das mal ein bisschen aufregender wird. Ich meine, wir sind schon 20 Folgen immer mit dem... Ich sag mal, mit dem selben System dabei. Hm, mehr Waffenteile. Wir brauchen ein besseres Ziel. Bei diesem Gebäude hier werden wir nicht viel erreichen können. Hm, legen wir einfach den Hauptcomputer lahm. Okay. Wir brauchen mehr Metall. So, das nehmen wir nochmal mit. Ciao, Überreste von mir. Noch einer, jawoll. Haben wir jetzt bitte irgendwann mal ein Teil fertig? Rot. Ja. Glückwunsch. Was ist das? Erfindung des Doktors. Du hast deine Trophäe erhalten. Ausgerüstet. Doppelbatterie. Nick kann doppelt so viel Sonnenstein und Energie sammeln. Mächtige Supermoos entfesseln. Naja, gut. Ich sag mal, das bringt mir jetzt nicht so unbedingt viel. Dann müsste es auch mehr Steine geben. Glückart. Ah, jetzt hat sich oben die Anzeige verändert. Oh Mann. Ey. Sowas ist wieder super. Sowas ist echt wieder genial. Man klebt irgendwo am Boden fest und kann nichts machen. Ich glaube, ihr machen ein bisschen hin. Okay. Okay. Ja. 聞ier. Das ist eher Altoy. Das ist natürlich noch alles. Hö Warten. Warten. Da waren wir ja schon. Man kommt absolut gar nicht weg. Oder muss ich das Metall ablegen? Sonst habe ich ja gar keine Chance. Ich lege mal vorher das Metall ab. Dann muss es doch irgendwie gehen. Ich kann mich ja null bewegen. Slow-Mo-Effekt. Ich lege den Scheiß da mal bei dem großen Magneten sofort ab. Auf den Rinner. Ich lege den Scheiß der Schleide mal vor. und ich kann dich nicht mehr funktionieren. ich gehe einfach weiter so komm herr Magnet Schnauze Gott ja na toll so aber jetzt darf ich nicht dem Magnet die Metallteile geben und Kommande zurück Kalt reicht das vielleicht? Ich glaub aber auch nicht ne so so oh so viel Leuchtsteine das riecht nach Endkampf oh die will ich gern haben alle komm her Digga so ja viel mit Leuchtsteinen ist hier nicht ne ja natürlich ja natürlich so ich weiß nicht ob die Angriffe jetzt viel stärker sind so was machen die denn hier? keine Ahnung das einzige was ich jetzt mache ist ne Aufnahmenpause beziehungsweise Folgenende eine muss ich noch dann habe ich es geschafft Gott sei Dank irgendwie und dann sehen wir uns natürlich morgen in der nächsten Folge mit 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 Vielen Dank.